und willkommen zurück zu let's play ls 17 mehr oder weniger stehen geblieben denn ich muss sagen ich habe ein paar missionen gemacht feld mission und hab da jetzt einiges gemacht gemacht habe das entsprechend so viel geld verdient dass ich zurückzahlen konnte ich habe also ich habe drunter gesetzt auf 0 bekommen durch die ganze mission nichts gemacht habe und ist noch sogar noch ein bisschen übrig geblieben und ja jetzt verein so die sauberkeit sorgen dann haben wir die noch was bald soweit jetzt so ziehe es immer noch jetzt reden oder ich habe und den auch mal dann machen dann obama verkaufen können eigentlich ernte kreis mit ernte kreis sein hier hat gewaß man mich ja jetzt ganz noch das herrlich lassen wir es machen lassen wir es noch machen wir auf jeden fall trotzdem hier sauber auch noch muss sein es war aber kein zählt dazu und dann lassen wir mal gucken wie man klarkommt dann es ist auch witzig du reichst nie 100 prozent bei der sauberkeit weil ich spiele schon mal direkt wieder alles hektisch machen naja ja schön und berechtigt so hier kann ich auch noch nichts machen Stroh oh mein Gott wie sieht das eigentlich da aus Stroh geht noch kann man noch lassen kann man noch lassen da ist noch alles in Ordnung nächstes hier neun fünf Stunden Tööö da braucht auch noch ein bisschen so dann geht jetzt folgendermaßen weiter ja nehmen wir uns jetzt den ähm beim Technikum setzt die ähm den wickler auch hier 50.000 das müssen ein bisschen wieder aufnehmen schmeckt mir zwar überhaupt nicht ich bin oder schon jetzt wieder runter habe aber naja nochmal 60 noch 25 stau damit müsste man eigentlich gut bedient sein folienfarbene folienfarbene standard weiß oder ne schwarze Folie ne komm wir holen jetzt schwarze Folie denn ähm dann geht das schneller in der Sonne da müsste man uns auch einschalten Natürlich hat er alles gemacht, alle Felder, die Missionen, die ich bearbeitet habe. Da werden dann, glaube ich, zu viel zu zeiteffizient geworden. Das sieht wunderbar aus. Ja komm, schlappen uns das. Hey Ding und fertig. Mal direkt zusammen. Dann können wir die Scheiß direkt rüber zum... Beziehungsweise, guck mal, die Rund war dann direkt da. Nur zum Singen schaffen. So BGA. Wie genau ich sollte jetzt alles machen, war ich natürlich auch noch nett. Fast von dort. Die Zelle soll voll. Dauert noch ein bisschen, wie wir da so breit sind. Mal schauen, guck mal, guck mal. Ich würde auf jeden Fall noch Bibi Klaus probieren. Ja. 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 Ich bin weh, dass das gerade schnell werfen wird. Wir zusammenpressen gerade schnell. So, ne, ich freue mich den verfertigt. Ich hoffe ich muss mich mal. Hier shoppt. Gute. 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 Deuert. Ah, ich hab noch mal was zu essen, glaube ich, auf die Folge. Wollen wir Korn zu essen? Ja, schön. Ja, das ist nicht gerade. Ich muss gerade abzeigen, wie können wir den Heffi weitermachen als ich kurz. Da ist eh das Schein nur Scheiße bauen. So. Oh, ich hab mal was zu essen. Wir bleiben hier. Und ihren Hängen haben wir hier. So. Ah da. Wir haben schlecht gesteht, Leute. Oh, das ist schon mal gar nicht mehr. Hier geht es nach. Ah, lass mal arbeiten. Der kommt klar. So. 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 Schöpfe des Erd, ja. Das ist ja nur Scheiße, auch wenn man so ein Stoppeln versteht. Also war alles machbar hier. Jetzt bin ich in die Schweiz nur links drin gerade, wie ich es feststellen muss. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Ich habe alles verstanden. Ich habe alles verstanden. Ich bin der Muschulein. Ich bin der Muschulein. Wir haben die Fliege. Ich habe die Sparte. Ei, 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 seht mal, hier spreche ich sie auch schon wieder an. Kann man helfen, kann man arbeiten. So, da kommen wir jetzt gleich erstmal ab durch. Wie war es? Hoppala! Das war... ...deine Absicht. Das darf man arbeiten. Etwa dumm. Oh... Schwung, Marsche. Marsche, was dauert. So, komm, wir gehen mal weg. Ich meine, wir fressen am Anzett, denke ich, dass keinerlei Probleme hat. Und daher haben wir da auch schon mal sehr, sehr gute Karten. So... Wir fressen mal rein. Wir fressen auch gut klar. Äh... So, gucken wir uns Schlotz noch einsammeln hier. So, wir schicken Quader auf eine Rundball, die wir erst schicken. Und dann haben wir diese Ladeball... ...und meinen Quaderball... ...die Halbmonster an. So, das ähm... So... Dann machen wir... ...das Schneidwerk erst wieder, wenn wir hier sind. Das dauert ja auch erstmal wieder ein bisschen was. So, schafft man das Ding mal darüber. Und... Ich hoffe, wir sind schon mal um. Ich hoffe, wir sind schon mal um. Ich hoffe, das gut schneidwerk ist da also. Ich glaube, wenn wir da dann irgendwann ein paar Wochen vielleicht auch dann den Mehlrecher vergrößern. Wenn man eine gute Einnahmequelle von Namen heißt. So... So... Ach... Scheiße. Motor ausschalten. Wir können nicht so ein bisschen verbrauchen. Ah, hält mir die Autos durch ein Objekt hier für die Schweiß. Ich weiß. Wunderbar. 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 Wir haben doch ein kleines... da der wägelchen von der Was ist denn jetzt? Dann kann er da mehr. Kann ich im Spielefeld auch mal nebenbei gemacht. Ganz einfach in der Steuerung hier. Da kann ich mal mit dem PS-Faktor erst mal ein, wie es mehr kann. Das wie ein Hakon-DW jetzt hier haben. Da hat nicht viel mehr. Da steckt gerade Skifahrer heißes. Da muss auch bald fertig sein. Zunächst mal kann man den Damen-Schwaden anfangen. Weil dann muss er hier probern. Und einsehen. Weil die Fäderschaftsfizierte... Scheiße da. Ist ja gemein. Was war das? Okay. Die Strommenge bei den Kuhn war ja auch noch und auch schon. Da braucht man es auch nicht unbedingt dran zu gehen. Vorerst. Dauert noch ein bisschen. Bis wir da dran müssen. Schwierig zu sagen, mehr oder weniger. Schwierig zu sagen, mehr oder weniger. Schafft man da machen, wie man es machen. Robert macht vor allem wegen. Dieser da, 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 da. Aber na. Fährt es mal durch. Ich würde sagen, wir sind uns in der nächsten Folge wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Alice 17. Bis dahin. Ciao.